Es ist ein außergewöhnlicher Fund, der Archäologen in Schweden gelungen ist. Im Süden des Landes haben sie eine Siedlung aus der Steinzeit ausgegraben. 8400 Jahre alt ist sie und in erstaunlich gutem Zustand. Wir haben die Überreste von rund 60 kleinen Häusern und Hütten aus der Steinzeit gefunden, außerdem eine Menge an Feuersteinen, Kochstellen und Gruben. Wir haben noch nie einen Ort mit so vielen Hütten und Häusern aus der Steinzeit entdeckt. Das ist absolut einzigartig. Der Zustand des Funds ist laut den Experten so gut, weil er tausende Jahre unter einer dicken Erdschicht lag. Gefunden wurde die einstige Siedlung bei Bauarbeiten in Sölvesbo.